Was ist los, Amber? Gary hat sich seit Tagen nicht gewaschen. Tom, Gary stinkt. Da müssen wir etwas machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tom hat eine Disco-Kugel erfunden. Das macht Tims Waschanlage sogar noch lässiger. Probieren wir es aus. Lass die Party beginnen. Du denkst, Gary sollte es versuchen, Amber? Gary? Wir müssen mit ihm reden. Gehen wir. Er könnte überall sein. Wie finden wir ihn? Warte, Tom. Amber möchte dir etwas geben. Siehst du, Gary? Tom ist dein Freund. Er will, dass du glücklich bist. Sie glauben an dich. Du schaffst das, Gary. Bereit für einen Disco-Waschgang, Gary? Lasst uns etwas Spaß haben. Ho, ho, ho. Es gefällt dir, nicht wahr? Tom, schau nur, was passiert. Tom, unternimm etwas. 이거는 so etwas Spaß. Das sind wir für ein Ansatz. uty to, entender was ist das Peuge Harrison. Teines Geset. Der Philippe, ist ein paar Sachen. Es ist eine Schrecklichke. ertest ehul vol, oder? Das ist ein großes Schreck. Bei den den dzigensten Schreck. Der grown- Iz 33-F deaforer, alsoo Trainer, der die Art nicht-D recruiting. Super-Staubsauger, klasse! Das war knapp. Arme Amber und Gary, sie sind nass und frieren. Kannst du sie aufwärmen, Tom? Du hast ihn umgeschalten, sodass er warme Luft bläst? Super! Wow! Gary sah noch nie so sauber aus! So gut wie neu! Nun, ich glaube, nach diesem harten Arbeitstag haben wir uns das alle verdient. Ungeschickter Gary! Es ist Muttertag. Was schenkst du deiner Mama, Chili? Ah, es ist eine Überraschung! Ist dir eine Erfindung eingefallen, um Chili zu helfen? Aha! Ja! Heute kommt, um schen ceremonien zu deciren. Hey, eine Klebepistole, um die Herzen anzukleben. Hey, hey. Wow, wie schön. Gut gemacht, Chili. Oh nein, die Herzen. Hey. Hey. Jetzt ist das Geschenk fertig zum Ausliefern. Yay. Yikes. Brooke ist hier, Jungs. Leta, move. Unternehme etwas, Tom. Schau, Brooke. Tom bringt Chili ein paar neue Tanzbewegungen bei. Puh, das war knapp. Ihr müsst das Geschenk nicht länger verstecken. Stimmt etwas nicht? Oh oh. Hängt ihr fest? Oh nein. Tom hat aus Versehen den Kleber verschossen. Aha. Versucht's nochmal. Zeit für noch eine Erfindung, Tom. Mhm. Hm. Sei vorsichtig mit dem Laser. Mhm. Zeit, um dein Geschenk auszuliefern, Jelly. Tom hilft dir. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Tom, du hast mit dem Kleber auch aus Versehen das Geschenk getroffen. Aha. Tom, benutze den Laser. Aha. Hey. Yay. Jetzt heb es hoch, Jelly. Wow. Hey. Hey. Jelly kann's kaum erwarten, seine Mama zu überraschen. Oh oh oh. Oh oh oh. Fröhlichen Muttertag. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Was für ein wohlüberlegtes Überraschungsgeschenk. Oh 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 oh. Ha ha ha. Hast du Spaß? Frank, was ist los? Hm? Franks Schlauch ist kaputt. Tom, kannst du helfen? Wow, ein so gut wie Neustrahl. Schnell, schieß auf Franks Schlauch, um ihn wieder neu zu machen. Oh nein, du hast ihn komplett erwischt. Ist das Frank? Tom, weißt du, wie man sich um ein Baby kümmert? Baby Frank, schau, wo bin ich? Wo bin ich? Es funktioniert. Oh nein, Baby Frank ist weg. Pass auf. Hey. Skylar denkt, dass Baby Frank chilly ist. Du hast recht, Brooke. Feuerbekämpfung ist nichts für Babys. Tom, du musst helfen. Oh, ich bin sicher. Der ist noch gut. Ich bin sicher. Was bin ich, warst du jetzt. Ich bin sicher. Aber ich bin sicher. Ein Wachstumstrang für Baby Frank. In welche Richtung ist Baby Frank gefahren? Bitte, Baby Frank. Oh nein, Baby Frank will es nicht. Jenny denkt, Frank ist ein richtiges Baby. Baby Frank, rieb den Spielplatz. Da ist Tom. Frank, du musst jetzt erwachsen werden. Chili braucht dich. Frank ist zurück. Ein Kind zu sein macht Spaß, aber erwachsen zu werden ist auch super. Chili ist so glücklich, dich wiederzuhaben, Frank. Hey Tom, machst du einen großen Frühjahrsputz? Also das ist eine ganz besondere Art zu putzen. Hey Gary. Du siehst bedrückt aus. Du hast bei der Arbeit etwas Schreckliches gesehen? Der Wind hat den Müll im ganzen Kanal verteilt. Auch in den Straßen? Nun, denkst du, du kannst unserem Freund helfen, Tom? Mhm. Super. Lass uns deine spezielle Maschine benutzen. Mhm. Hm? Schaut euch das an. Ein Super-Staubsauger. Großartig. Gehen wir nach draußen und schauen, ob es funktioniert. Probieren wir den Super-Staubsauger gleich mal. Super. Schau dir den Müllberg an. Er ist ganz und gar weg. Wapp da. Wow. Du hast dich wieder mal selbst übertroffen, Tom. Was denkst du? Gary. Ich glaube, Tom würde gerne was sagen. Gary. Gary, du solltest wirklich langsamer machen. Findest du... Nun, ich muss zugeben, das ist ziemlich effektiv. Gary, das war kein Müll. Bist du okay, Tom? Oh. Gary, du solltest wirklich auf Tom hören. Bitte hör auf mit dem Super-Staubsauger. Jungs? Komm schon, Gary. Du musst den Super-Staubsauger abschalten. Vorsichtig, Jungs. Oh nein. Was für eine Katastrophe. Was sollen wir machen? Tom, kannst du eine Lösung finden, wie wir den Super-Staubsauger aufhalten? Hey, tut er's doch. Gut. Na dann, schauen wir mal, was du diesmal im Petto hast. Hm. Hm. 5, 3, zwei, zwei. Ah. Ah. Hal. van. Eine Schaumstoffballpistole? Aber was hast du mit dieser neuen Erfindung vor, Tom? Ich verstehe es auch nicht, Gary. Ah, jetzt verstehe ich. Du willst mit der Schaumstoffballpistole das Loch des Supersaugers verstopfen. Das ist sehr clever, Tom. Aber du musst dich beeilen. Okay, Konzentration. Dieser Supersauger spielt verrückt. Oh nein, so knapp. Versuch's nochmal, aber vorsichtig. Volltreffer. Was für eine Erleichterung, richtig, Gary? Oh oh, Gary sieht nicht so glücklich aus wie ihr. Was für eine Sauerei in ihrem Süßwarenladen. Ist das deine Strafe dafür, dass du so gierig warst, Gary? Wenigstens hast du deine Lektion gelernt, richtig? Also, sei wieder fröhlich. Ende gut, alles gut. Hey Freunde, frohes Thanksgiving. Du willst dein Thanksgiving-Kostüm? Oh. Oh. Ha 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 ha. Oop. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Cooler Hut, wieder ist mit einem Tanz Ben ist ein Cowboy Klasse Stierkostüm Hier kommt Ben, der Stier Lass es dir nicht zu Kopf steigen Ben Hey, lass etwas Kuchen für die anderen übrig Ben, teil das Essen Pass auf, Manny Ben, komm zu uns zurück Erhofft und versteckt euch, Leute Hmm, ah? Ah Gute Arbeit mit der Größenkanone Warum bauen wir nicht ein Heuballen vor? Manny, führ Ben zum Vor Klasse Arbeit, Leute Ben, du tust dir selbst und deinen Freunden weh Armer Ben Freunde, Ben tut es leid, dass er sich daneben genommen hat Freunde sind wichtiger als Essen Alles Thanksgiving, alle zusammen Aha Aha